Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Jana Haas, spirituelle Autorin und Seminalleiterin. Ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer Abendmeditation. So mache es dir bitte ganz bequem, so dass du bequem sitzen kannst und dich auch entspannen kannst, denn du hast heute viel gemeistert und jetzt geht es einfach nur ums Loslassen, um sich Fallenlassen. Wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen, lege gerne deine Hände auf deinen Herzensraum auf und nimm einfach nur dich selbst wahr. Nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt nach so einem aktiven Tag. Nimm wahr, welche Gefühle dich begleiten, die noch verarbeitet werden müssen nach so einem intensiven Tag. Und so nimm auch wahr, was dir alles an diesem Abend durch den Kopf geht. Denn all das möchte verarbeitet werden, zur Ruhe kommen werden für ein harmonisches, heilsames Leben. So gönne dir drei tiefe Atemzüge Zeit, noch mehr bei dir ankommen zu können. Du atmest tief ein und nimm wahr, wie die Bauchdecke dabei sanft nach außen sich wölbt und beim Ausatmen sich sanft zurückzieht. Fokussiere dich auf die Liebe, ganz gleich, was an diesem Tag dich sonst noch beschäftigt hat und sage dir selbst mit viel Gefühl, ich bin Liebe. Und spüre diese wärmende Liebe auch in deinem Herzensschlag in deiner Brust. Mit dem nächsten Atemzug fühle, ich bin Licht. Und mache es dir bewusst, dass deine göttliche Seele leuchtet und siehe dieses Licht von innen heraus. Und mit dem nächsten Atemzug fühle, Frieden erfüllt mich. Und so lasse Frieden in deinen Körper hinein, an alle noch verspannten Körperstellen. Lasse diesen heilsamen Frieden in deine Empfindungen hinein und in deine Gedanken und lasse den Frieden in dir einfach mal wirken. Genieße jeden Atemzug. Sicherlich nimmst du wahr, dass die Eindrücke des Tages dich noch bewegen. So schenke dann diesem Abend ein Herzenslächeln. Nimm diesen Abend mit all seiner Abendstimmung und Dämmerung an. Und innerlich erinnere dich daran, was du heute Nachmittag alles gemeistert hast. Mit dem nächsten Atemzug. Erinnere dich mit deinem Lächeln daran, was du heute Mittag alles erlebt hast. Und mit dem nächsten Atemzug schicke auch dein liebevolles Herzenslächeln, auch an deine Vorhaben, die du am Vormittag gelebt hast. Und atme alles aus. Und spüre, wie eine Last von deinen Schultern abfällt, dein Gehirn ruhiger wird, sich mehr ausgleicht. Und atme genüsslich tief ein in deinen Bauch hinein. Die Bauchdecke wölbt sich sanft nach außen. Und atme genüsslich auch aus. Und spüre, wie dabei die Bauchdecke sich sanft zurückzieht. Werde dir deine liebevollen Lebensphilosophie bewusst, indem du Liebe in deinem Herzensraum spürst. Und wenn du jetzt ein Lächeln zurück in deinen Tag schickst, beobachte, gibt es da noch etwas, was du nicht verarbeitet hast, was dir noch Sorgen bereitet oder Unbehagen? Und ganz gleich, womit es zusammenhängt, bringe heilsame Energie hinein durch ein Vergebungsgebet und lass uns vom ganzen Herzen beten. Ich vergebe dir für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte dich, mir zu vergeben für alles, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich bitte gütliche Kraft darum, die Kraft der Vergebung in unserem Herzen zu spüren. Und ich vergebe mir selbst für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich vergebe, denn ich liebe. Und so spüre in deinem Inneren, wie die Kraft der Vergebung ein wohliges, befreiendes Gefühl dir schenkt und es dir leichter auf dem Herzen wird. Und genieße diesen Prozess, die Kraft der Liebe ganz bewusst tief einzuatmen mit deinem inneren Lächeln der Befreiung. Und alles, was an diesem Tag losgelassen werden will und nicht in die Nacht getragen werden soll, durch das Ausatmen losgelassen wird. Du atmest Liebe und Entspanntheit ein und jegliche Anspannung atmest du aus. So bist du durch und durch im Kreislauf der Liebe und Harmonie. Und so nehme wahr, wie dein Körper sich zunehmend entspannt zu dir, schön, bequem machst. Und dein Mind, deine Gedanken leerer werden. Deine Gefühle, deine Empfindungen, helle, liebevolle, dein emotionales Herz weiter. Dein Bauch und deine Schultern schön entspannt. Der ganze Muskeltonus entspannt sich zunehmend mit jedem bewussten Atemzug. Und in dieser friedvollen Stimmung, lass uns gemeinsam in das Abendgebet hineingehen. Liebe lichtvolle, geistige Welt, ich danke für das Leben, ich danke für die Erfahrung und Erkenntnis und die himmlische Führung, die ich an diesem Tag erfahren konnte. So bitte ich darum, auch mit himmlischen Kräften durch die Nacht begleitet zu werden, auch dass die Liebe und Urvertrauen mich in allen Träumen begleitet und mich die himmlischen Botschaften erreichen, die heilsam, sinnvoll, lichtvoll sind für mein Leben, für mein Vorankommen. Für all das danke ich. Und so spüre, wie die ganze Engelsschal dich in ihrem goldenen Licht einfühlt. Deine, die Leichtigkeit auf dem Herzen zunimmt und das Bedürfnis einfach mit dem nächsten Ausatmen loszulassen da ist, sein zu lassen da ist, damit neues Glück zugelassen werden kann in deinem Leben. So spüre die Liebe und die Harmonie in dir. Gerne lege dafür deine heilende, liebevolle Hände auf deinen Herzensraum auf und mit deinem inneren Lächeln fühle, stärke deine wichtigste Beziehung, nämlich die zu dir selbst. Ich bin Liebe. Und spüre die Liebe, die dich einfüllt und ausfüllt. Mit dem nächsten tiefen Atemzug fühle, ich bin Licht. Und so sei dir, deine göttliche Seele, deinem inneren Strahlen bewusst. Genieße dein inneres Leuchten, dein Wohlbefinden. Und mit dem nächsten tiefen Atemzug fühle, Frieden erfüllt mich. Und so möge Frieden in jeder deiner Körperzellen sein, dein Körper sich wohlig, entspannt anfühlen. Und so möge Frieden in all deinen Emotionen, sowie in jedem deinen Gedanken. Möge Frieden mit dir sein. So nimm diese wunderbare Kraft mit in deine Nacht hinein. Habe gute Träume. Ich wünsche dir eine gute Nacht.